Hallo und herzlich willkommen, in der heutigen Folge geht es darum, dass bei der Eintracht Frankfurt noch einiges wohl passieren wird, was auf der Abgangsseite angeht und auch bei der Neuzugangsseite. Also bleibt dran bis zum Ende, um alle Transfers mitzukriegen und am Ende noch euch die Ausstellung anzugucken, wie sie dann aussehen könnte. Die bisherigen Neuzugänge, Hauke 10 Millionen Ablöse, Alario 6 Millionen Ablöse, Mario Götze 4 Millionen Ablöse, Jakic 3,5 Millionen Ablöse, Smolcic 2,5 Millionen Ablöse. Und dann noch Kulumuani, Onkuene, Buta, Alidu Ablöse frei bekommen. Bisherigen Abgänge, Zupa 1,6 Millionen Ablöse, Dominic Kaur 1,5 Millionen Ablöse, Salazar 1,5 Millionen Ablöse. Dann hat man noch Kosta, Bakok, Ilshanka, Hinteregger und Durham ablösefrei verloren. Und Hinteregger hat natürlich so gesehen seine Karriere beendet und ist jetzt im Amateurfußball tätig. Deswegen habe ich ihn hier mit drin. Jetzt kommen wir zu den Spielern, wo es aktuell noch so aussieht, als würden sie wechseln. Kostic ist da wohl einer der Spieler, wo es am meisten nach Abgang aussieht. Der 29-Jährige ist 24 Millionen wert, hat nur noch ein Jahr Vertrag. West Ham soll wohl in Verhandlung sein. Also ich könnte mir definitiv vorstellen, dass er in die Premier League oder in die Serie A für ca. 20 bis 25 Millionen wechseln wird. Kevin Trapp nach Benfica, Lissabon, definitiv möglich. Der Torwart, der Hardland, hat nur noch zwei Jahre Vertrag. Will wohl mit 32 eine andere Liga nochmal erleben. Bei einem 7 Millionen Marktwert denke ich, dass die Eintracht bereit wäre, ihn für ca. 10 Millionen abzugeben. Der Abgang vom 22-Jährigen Top-Talent, Ivan Ndeka, ist schon sehr wahrscheinlich und man sollte ihn auch abgeben, da er nur noch ein Jahr Vertrag hat. Und ich denke, er wird nicht verlängern. Mit seinem Marktwert von 32 Millionen wäre eine Ablöse um die 25 Millionen möglich. Es sieht so aus, als wechselt er zur AC Mailand oder in die Premier League. Von den eher kleineren Namen könnten noch Hustic, Ackmann und Paciencia wechseln. La Liga, Serie A, 2. Bundesliga, Super League, Bundesliga. Kamada könnte noch in die Premier League zu Leeds United wechseln, aber ich denke, er wird verlängern und nicht wechseln. Was müsste die Eintracht noch holen, wenn die gerade genannten Spieler wechseln? Sollte man Kevin Trapp abgeben, würde ich das 21-jährige Torhüter-Talent Destanglou von Bischik das holen. Sein Marktwert 10 Millionen, er hat noch ein Jahr Vertrag. Letztes Jahr machte er in der Super League 32 Spiele und davon 10 zu 0. Ich denke, mit 5 bis 8 Millionen Ablöse wäre man da schon gut dabei. Dann würde ich noch 3 Transfers machen und alle in der Defense. In der Linksverteidigung könnte auch ein 21-jähriges Talent von Bischik das kommen, Ritran Yilmaz. Auch nur noch ein Jahr Vertrag, 6,5 Millionen wert. Ich denke, man müsste 3 bis 5 Millionen zahlen. Auf der Rechtsverteidigerposition würde ich Widmer oder Ryerson verpflichten. Ich gehe jetzt hier vom 24-jährigen Ryerson aus. Marktwert 4 Millionen, noch ein Jahr Vertrag, 65 Bundesligaspiele Ablöse mit 2 bis 3 Millionen. In der Innenverteidigung würde ich den 23-jährigen Spanier Mingu Esser holen. Marktwert 6 Millionen, noch ein Jahr Vertrag, 46 La Liga Einsätze und 10 Champions League Spiele. Ich denke, eine Ablöse-Summe von 2 bis 4 Millionen müsste man zahlen. Er würde um die 2 Millionen im Jahr verdienen. Natürlich sollte NdK doch noch bleiben für die Saison, würde ich da keinen Innenverteidiger mehr holen oder lieber einen Youngstar. Aber sollte NdK wechseln, denke ich, Mingu Esser wäre da eine der besten Optionen. So würde dann die Aufstellung aussehen, nach allen Abgängen und Neuzugängen, die ich tätigen würde. Mit dieser Startelf hat man auch immer auf der Bank Alario, Buta, Götze, Hauke, Knauf, Onkoe, Rute, Touré, Smolcic. Die alle eigentlich noch für die Startelf in Frage kommen würden. Diese Mannschaft wäre natürlich top besetzt, aber in der Defense könnte es zu Problemen kommen, da sie sehr jung besetzt ist. Natürlich habe ich auch jetzt hier noch 4 relativ junge dazugepackt in der Defense. Wenn es funktioniert, wäre es höchstwahrscheinlich einer der besten Defensiven der Liga. Aber wenn es nicht funktioniert und dadurch, dass so Junge da nur drin sind, könnte die Defense natürlich zusammenbrechen. Und das wäre ein großes Problem. Also könnte ich es auch verstehen, wenn man sagt, man hätte da lieber noch 1, 2, die so 25 bis 30 sind. Das würde ich natürlich auch verstehen, weil das würde auch Sinn machen. Aber wenn diese junge Defense funktioniert, hätte man vielleicht eine Defense, die für einen langen Zeitraum zusammenhalten könnte und zusammenwachsen könnte. Aber natürlich bei jungen Spielern könnte es auch sein, dass sie nach 1, 2 Jahren wieder direkt verkauft werden. Und wenn sie halt nicht funktioniert, könnte man ein großes Problem haben. Ihr könnt ja gerne jetzt noch einen Kommentar schreiben, was ihr von diesem Video haltet, was ihr von den Transfers haltet, was ihr glaubt, wer noch wechselt, wer noch kommt oder wie ihr ausstellen würdet. Und dann kann ich nur noch abschließend sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag und sage Tschau und bis zum nächsten Mal.